So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich bin gerade noch am Kauen und Essen. Und ich habe gerade die Berlin Tag und Nacht Pizza gegessen. Die Sage Cheese, die haben wir euch in der letzten Folge vielleicht gezeigt. Das ist die Sage Cheese Laschnitte mit Ecken und Kanten. Powered bei Berlin Tag und Nacht. Und jetzt gibt es ja nicht nur diese Sorte. Nein, es gibt ja auch noch diese Sorte. Gleiches Design ungefähr. Wenn ich das sehe, würde ich denken, die sind beide vegetarisch. Das sieht gar nicht aus, als wäre die kräftig mit Wurst. Aber das hier ist ja angeblich. I Love Salami. Pikante Salami. Mit dem kleinen Twist. Macht mich zu einer heißen Schnitte. Mit einem kleinen Twist. Ach, leck mich doch ab. Pikante Peperoni Salami. Marinierte, gegrillte Paprika. Creme Fraiche und Spinat Basilikum Soße. Powered bei Berlin Tag und Nacht. Lasch mit die Pizza mit Ecken und Kanten. Ihr habt ja wieder die Griffel. Ihr habt ja 450 Gramm. Das ist sogar mehr. Die letzte hatte nämlich 390 Gramm. Das sind 60 Gramm mehr zum gleichen Preis. Da wisst ihr schon, wo es lang geht. Hallo Fischstäbchen. Von hinten drauf haben wir natürlich wieder alles hier. Hashtag heiße Schnitte. Hashtag eat me. Hashtag share me. Hashtag it's salad bread. Äh, it's, 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 it's a flat bread meine ich. Die Schnitte zum Teilen. Pizza mit Tomatensauce kann jeder. Du kannst lasst Schnitte mit weißer, leckerer Soße und nicht rund, sondern schön eckig zum Fernscheren. Zwei Sorten für dich und deinen Freund. Ich verstehe den Satz zwar immer noch nicht, weil du kannst laschnitte, was kann ich denn laschnitte? Und dann mit weißer Soße, nicht rund, sondern eckig zum Fernscheren. Aber was kann ich denn laschnitte? Was kann ich denn? Erzähl es mir doch jetzt mal. Pizza mit Creme Fraiche, Soße 22, Spinat Basilikum, Soße 8,5, marinierter, gegrillter Paprika, scharfer Peperoni Salami mit Jalapenos, schnittfest Mozzarella und Hartkäse. Wie man die macht, haben wir schon vorgelesen. Wieder also nicht rund, sondern eckig. Werden wir jetzt wieder auspacken. Ah, die Schatz ist gerade nicht da. Das ist nämlich jetzt hier die zweite Runde. Nach der ersten, so nach der Sage Cheese, war ich nämlich nicht satt. Jetzt packt man die hier aus. Guckt euch die an. Die sieht doch auf jeden Fall richtig heftig aus. Viel interessanter. Diese fette, brutale und wirklich fette. Du siehst die Fettaugen da durch. Jetzt müssen wir die Folge hier mal abmachen. Basilikumsoße. Okay, ihr seht lauter grüne Flecken auf der Pizza. Also die sollte wohl an sich schon sowieso ein bisschen scharf sein. Trotzdem habe ich meine Tabasco-Soße wieder am Start, um mir ein bisschen nachzuwürzen, weil sie ich Schärfe vermisse. So, einmal raus hier aus dem Zelt. Einmal hingelegt. Bitteschön. Sieht das jetzt nicht ehrlich aus. Guckt mal, wie feuerrot hier dieses grüne Basilikum gedönst. Da habt ihr hier die Paprika-Stückchen drauf. Ihr habt die Salami-Stückchen. Die geht jetzt ab in den Ofen. Da bin ich mal gespannt, was die kann. Die Käse war gut, aber würde ich trotzdem nicht nochmal kaufen, weil insgesamt war mir das zu wenig und zu unauffällig. Viel zu gesund. Ich hoffe, die überzeugt mich jetzt richtig. So, die packen wir jetzt auch wieder hier auf die mittlere Schiene. So sieht die also aus vorher. So, und so sieht sie dann aus, wenn sie fertig ist, beziehungsweise war die jetzt leider irgendwie länger drin als die andere. Okay. Ja, die hat er nämlich schon wieder abgelenkt und faxen gemacht, aber guckt euch doch mal die an. Die sieht doch auf jeden Fall richtig brutal aus. Vielleicht hätte ich die andere auch einfach noch ein bisschen länger drin lassen müssen. Die wirkt saftig, die wirkt rot, die wirkt feurig. Da bin ich mal gespannt, was die jetzt macht. Die werde ich jetzt auch wieder aufteilen. Hälfte, Hälfte, Pupsi da die Hälfte abgeben. Wir werden das wieder auf meinen Teller drauf. Einmal durchschneiden und dann gucken, was da abgeht. Beziehungsweise hätte ich das ja eigentlich schon so machen müssen für das Samtnel. Mhh, die Berlin Tag und Nacht Pizza, die gleich runterfällt oder irgendwas macht. Mit Salami drauf. Oh mein Gott. So, jetzt hier nochmal ganz offiziell die Berlin Tag und Nacht Salami. I love Salami Pizza. Mit Peperoni Salami. Und bekannt in dieser Salami, in dieser Peperoni Salami sind nämlich angeblich Jalapenos. So, was aber wichtig ist. Oh mein Gott. Ja, die ist auf jeden Fall länger drin gewesen. Die ist nämlich genauso dünn, aber mega knusprig, sodass man die kaum durchkriegt. Pupsi findet es gut, dass der Boden so dünn ist. Ich bin geteilter Meinung, weil da werde ich nicht satt. Am besten, man isst einfach nur 10 Tonnen Hefe so und sagt dann gut, passt. Oder ein Sack Mehl einfach. Adi. Probieren. Und dann, ich. Oha. Creme Fraiche, Spinat und Basilikum. Also ich merke ganz deutlich hier das Basilikum raus. Wie das entgegenkommt. Alles schön weich. Ist interessant. Bisschen gräuterlich. Sehr speziell und erfrischend. Aber irgendwie gleichzeitig total fettig und triebig. Was dann natürlich durch die Salami kommt. Und die Salami einfach hier alles kaputt macht. Warum haben die auf die anderen nicht Basilikumsoße drauf? Das hätte irgendwie zu dem kleinen süßen Käsegeschmack so gut gepasst. Jetzt hier hast du dieses fette Salami plus das Basilikum. Richtig, als würdest du Fettkräuter essen. Aber Geschmack ist auf jeden Fall mehr da als bei der anderen. Wir probieren mal hier hinten ein kleines Stück. Wo jetzt keine Salami drauf ist. Mal gucken wie das so schmeckt. Wenn du nicht die Wurst hast. Ob das trotzdem irgendwie ein bisschen pikant ist. Ja, schmeckt ziemlich neutral. Und wenn du ein Stück ohne Salami nimmst. Ihr habt ja auch trotzdem. Die Paprika. Die gegrillte Paprika. Marinierte gegrillte Paprika. Die schmeckt toll. Die hat einen richtig guten Geschmack. Marinierte gegrillte Paprika. Könnt ihr auch einfach mal ein Stück von der Salami so probieren. Alleine. Pikante Peperoni Salami. Gut schmeckt halt wie Salami. Und ein bisschen fettig. Das Pikante fehlt mir aber trotzdem wieder. Die soll noch mit Ralapeños sein. Ich merke jetzt nicht, dass das sonderlich würzig ist. Das ist halt einfach nur ein bisschen wuchtiger als die Käsepizza. Und halt dadurch irgendwie auch dann fettig durch die Salamis. Aber im Allgemeinen geht da noch was. Da hätte ruhig ein bisschen Schärfe drauf sein können noch. Die gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als die Käsepizza. Aber ich glaube, mir würde es da auch reichen, mir trotzdem eine normale Edelsalami zu holen. Von ja. Für wenig Geld. Und dann hat einfach noch eine Scheibe Käse drauf nachträglich. Oder ein bisschen irgendwas. Und dann geht das auch richtig gut ab. Wir wollen jetzt hier auch mal wieder mit dem Tabasco noch ein bisschen nachwürzen. Wir wollen uns das nochmal angucken. Hier, es tropft eh schon alles runter. Jetzt machen wir das noch drauf. Jetzt kann das auch runter tropfen überall. Das Tabasco ist nämlich gleich leer. Stellen uns das hier hin. Klappen das einmal zusammen. Das Gute ist, ihr könnt die theoretisch, wenn die frisch aus dem Ofen kommen, direkt essen. Weil die wird so schnell kalt. Die kühlt so schnell ab. Auch durch diesen dünnen Boden. Da zieht die Luft einfach durch. Ihr könnt euch gar nicht verbrennen. Beißen wir mal so rein. Und jetzt, wo du diese so doppelt nimmst und reinbeißt, dann hat das fast so einen Geschmack, wie wenn du von einem anderen Stück Pizza ganz normal reinbeißt. Also die musst du schon doppelt nehmen, dass du dann so einen richtigen, frampfigen Pizza-Geschmack hast. Durch das Tabasco. Ich finde, das Tabasco passt auch richtig gut dazu, zu dieser Salaminode. Wer es ein bisschen schärfer mag, kann sich immer nochmal nachwürzen. Die schmeckt mir. Die funktioniert. Pupsi fand die Käse richtig gut. Die schmeckt mir. Aber durch den Preis würde ich vielleicht jetzt nicht unbedingt immer die Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza holen. Ich werde euch gleich noch was anderes zeigen. Ansonsten war es das jetzt. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Habt ihr die auch schon mal getestet? Habt ihr die schon mal probiert? Gibt es erst seit dieser Woche Donnerstag, glaube ich, neu. Beim Kaufland. Also geht mal dahin. Checkt mal aus, ob ihr die findet, wenn ihr Interesse dran habt. Und was wäre euer Favorit? Und was für Sorten könnten die noch raushauen? Wie findet ihr das Design von der Verpackung? Wie gesagt, ich finde das Design doof. Mich spricht das nicht an. Ich brauche da was, wo wirklich man, ja, wo man halt die Pizza sieht und wo das schön einladend ist. Und nicht einfach hier irgendein Wunder-Comic-Karton mit irgendwas Schickimicki drauf. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, was für ein Zufall. Auch als kleines Outro, weil wir das beide anderen gemacht haben. Als es um die Käsepizza ging und ich gesagt habe, hier in der Hall of Fame hängen die vier Käsefein-Halleluja-Pizza von Gustavo Gusto. Habe ich auch ein Gegenstück zur Salami-Pizza. Weil diese pikante Salami meiner Meinung nach gar nicht wirklich so pikant war. Und auch jetzt nicht so extrem besonders und anders. Und für diesen Preis würde ich eher zum Beispiel eine Capital Bra Pizza empfehlen. Eine Gangsterella Dien-Gabirinta Salami. Auch wenn ich kein Capital Bra Fan bin, habe ich trotzdem mir mal die vier Pizzen damals hier reingezogen. Wo ich auch das Design mega feiere. Das erinnert halt so an den normalen Döner-Mann. Das ist auch ein bisschen schlicht, ist hin und her. Ja, Design hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und die waren immer richtig groß, richtig fett, richtig wuchtig. Ich habe gesagt, ich habe noch nie so eine fette, brutale, wuchtige, gefrorene Pizza gesehen. Und wenn man jetzt in den Laden geht, wenn du jetzt in den Dönerladen gehst und bezahlst du hier 5 Euro für eine Salami. Und hier bezahlst du 3 oder 4 Euro für eine Salami. Obwohl du trotzdem genauso viel Kram hast, die aber auch mega gut schmeckt mit Rindersalami, 3 Käse-Mix, allem drum und drauf. Dann kann man das schon mal machen. Und das war für mich die beste Tiefkühlpizza, die ich so je gegessen habe. Und deswegen würde ich auch die Rindersalami von Kappi vorziehen. Wäre für mich momentan noch mein All-Time-Favorite, wenn es um besondere Pizzen geht. Habt ihr die schon mal probiert? Habt ihr das schon mal probiert? Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Peace out for how to. Und schon wieder Ramses. Bis zum nächsten Mal.